Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Dekomentatung. Ja, hallo. Zurück zu meinem Projekt Tag 2 heute. Ja, so richtig fit sind wir bei euch beide nicht. Deswegen an das T-Shirt und so. Schwingen wir das gleiche Hemd an und so. Genau. Gleiches Baupunkt, gleiches Hemd. Hättest dir nichts gesagt, wäre alles gut gewesen. Wäre dir nicht aufgefallen, ja. Ne, wäre nicht mehr aufgefallen. Perfekt. Ach, hast du den Karton? Ja. Habe ich mehr rein. Ach ja. Ich bin ja auch angeholt. Da kommt noch eine Menge zu den Reiben. Viel Freistück. Das geht aufs Ende zu, oder? Ja. Ich summe euch direkt schon rein, dann bist du da... Das soll ja klicken. Ui, jähle. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Lassen wir es mal so. So, das ist meine Seite hier, ne? Ich weiß. Aber? Da haben wir gestern ganz gut mitgefahren mit der Technik. Ich kann ja schon mal hier die Pinuppel drin machen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das darfst du gerne tun. Sechs. Da muss man wieder vier Zähne, ne? Ja, und das, was ich brauche, liegt wahrscheinlich bei dir, ja. Oh, doch nicht. Geht ja gut los, ey. Du brauchst dieses Graubold, ne? Ja, diesen Enkel. Da ist er noch. Siehst du, wir müssen noch drüber sprechen. Und auch noch meine Sprüche klauen. Heute wird ein Wunder tragen. Übrigens hab ich den Sechs halt nicht mehr verbrauchen können. Den hab ich nicht mehr gefunden, wo der hingehört. Wir haben nur ne Vermutung, aber Tobias sagt nein. Genau. Also haben wir ihn wieder abgenommen. Ja, muss ich irgendwann ganz in Ruhe machen, wenn wir fertig sind. Ja, vergiss es, ey. Wie willst du das denn rausfinden? Gar nicht. Irgendwo da drin. Irgendwo da drin. Denkt sich ein Steinchen. Verdammt, ich bin so locker alleine. Genau. Das wird wahrscheinlich nicht auffallen, oder? Nein. Oder ich baue nochmal alles aufeinander und baue nochmal. Genau das tust du. Das tust du. Vater hört das, ich brauche nicht mehr kleben. Gar nichts mehr da, Kleber? Nein, wenn ich das nochmal baue. Ach so. Ich dachte schon, wir hätten ein Aufkleber schon sehen sollen. Wobei bei dem Set ja eh wenig Aufkleber hatte. Ja, hab mich auch gewundert. Ich hab dann mit dem Katalog Kleber gerichtet. Ja, genau. 500 Seiten Anleitung und 3 Aufkleber. Ja. Ja. Ja, wir müssen ein Mikro rein, okay? Obwohl die dunkel. Offenbar jetzt. Ja, hab ich das schon. Ich suche hier die Ärm... Ach, du hast die Arme. Nimm. Hier, nimm das am besten auch gleich und mach's fertig. Gut, dann wird das so gesprungen, ne? Oh Mann, und ich such die Ärmchen die ganze Zeit. Und ich such die... Ja. Guck mal, schon. Hast du sogar eine Malerrolle hier. Nein, lässt sich nicht für begeistern. Okay. Ja, in welcher Farbe soll ich's dann streichen? Schwarz ist es doch. Es gibt noch so viele Anderfarben. Wobei Schwarz keine Farbe ist. Doch. Schwarz ist eine Farbe. Schwarz ist ein Kontrast oder Helligkeit. So, das muss so rum. Hm. Ich kann schnell das Thema wechseln. Ganz schnell. Du konntest ja schon mal den dritten davon suchen. Hab ich schon. Okay. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Ich hab das Ding schon fertig. Du brauchst nur noch das reinsetzen, dann sind wir... Ja, du musst gucken, dass das hier... Das ist nicht so absichtlich, äh, absehbar, wo es hin muss, ne? Also der... Mhm. Noch einen brauchst du aber nicht, ne? Nein. Mal halt wieder genau hingucken. Mach so Lugi, Lugi. So und der. Und der. Und der. Und so unten. Da mit dem verbunden... La-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, das ist schon mal die... Zwei Pistolen und ein und der hier, der kommt da mal, die Pistole kommt glaube ich hier rein. Die Pistole kommt da als erstes und oben. Ja, da ist schon einer. Müsste ich ein neues ankriegen. Alter, mach halt selbst. Nein, ey, okay. Die Pistole kommt als erstes, habe ich gesagt, nicht als zweites. Ich dachte, du bezogst das auf das, was du da hast. Geht gut los, Freunde. Geht wieder gut los. Ja, alles gut. Ein Kommunikationsfehler. Ja, wie der Sechserstand hier. Das ist auch nur Kommunikationsfehler. Genau. Da ist es. Und dann kannst du es auch direkt reinsetzen, wo es hin soll. Ja, wenn ich das wiedersehen werde. Irgendwo hier glaube ich, kann das sein? Ja, ich glaube, hier drauf. Das ist nur die Frage, wie rum. So, jetzt glaube ich. So, das ist. So, das ist. Nächste Seite. Ah, es wird gebaut. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Jetzt wird du ja hier vor. Jetzt kommt ein Bild wieder. Muss man wieder auffassen. Oh nein, wir bauen wieder Flügel. Ja, sag ich ja. Das muss man wieder auffassen. Hier we go again. Jetzt haben wir ja Flügel erprobt. Tja, ich sprich es und gleich passt alles wieder nicht. Brauchen wir denn die große Platte? Oder ist das eine von da drüben? Ja, die soll man von außerhalb holen. Steht auch da. Ne, das steht nicht unbedingt da. Da steht ja auch nicht. Wir müssen es von außerhalb holen. Da stand's. Ja, das ist was erwartet. Zweimal. Ja, ja. So. Nimm mal sagen. Ich auch. Haben wir es ja ausgesprochen. Uns Luft gemacht. Ich fühle mich wie ausgekratzt. Genau. Fühl mich jetzt nicht viel besser. Da sehe ich es in deinen Augen jetzt. Oh, scheiße. Ja, das ist ein Musikl. Ja, aber nicht schlecht. So. Nee, das kommt mir nicht. So, ich habe meine Teile zusammengesucht. Mhm. Hier, den Lungen kriegst du. Meine Fresse, ey. Ich darf noch nicht mal meine eigenen Teile suchen. Ist ja schlimm. Ich habe es nur gesehen. Die Frage ist jetzt, wo kommt das hin? Ja. Irgendwo dazwischen. Vier. Vier halb. Wenn du das anders liest, kannst du es korrigieren. Ich würde es jetzt daheim machen. Ja, sieht eigentlich gut aus. Wird man sehen. Das ist das Zwillen aneinander, sage ich. Genau das. Genau das Ding. Genau das Ding. Was kommt da hin? Falls es zwischendurch mal lauter werden sollte, wir haben draußen eine Baustelle vor der Tür. Selbst um diese Jahreszeit. Selbst im Winter. Jungen. Ja. Bullen. Aber momentan geht es. Und hört den Backofen noch, weil wir gerade Brötchen draufgebacken haben. So. So. Nächste Seite. Und wie seid ihr noch aus Glück? Oha. Bei so einem Set von Glück zu sprechen. Können. Können. Ja. Das ist sowas von Glück kommt. Ne. Das ist aber falsch. Das schließt ab damit. So. So. Ich suche mir wieder meine Teilchen und die Teilchen suchen mich. Doch ich finde sie nicht. Ist auch verkehrt. Das sieht gut aus. So. So. Da fragt man sich wieder, warum sind da jetzt Grün und Blaue drunter? Mhm. Gegen der Optik. Ja, die man nicht sieht. Von unten. Doch. Ja. Deine Überzeugung hinkt. Ich weiß. Ich weiß. I knew it. Das war wirklich dieselbe Baureise wie gestern. Mhm. Hier muss ich die noch umdrehen. Zwei. Drei. Das ist ja vier. So. So. Ich muss wieder auf die Konstruktion warten, weil... Ich muss jetzt mal fertig werden, Nurian. Siehste? Schon gesagt. Fehler gemacht. Das ist eigentlich mein Lieblingswerkzeug. Tja. Das ist schon nach Hause hingekommen. Das hatte keine Lust mehr. Nee, kannst du mir so aufreden, weil... Ich muss umgedreht bleiben erstmal. So. Da muss ich schon einen Haken rein. Dann... Und das dann da rein. Ach, dreimal hab ich... Eins. Ich bin doch genug da. Zum Glück. Du brauchst nicht so lange so. Nee, das ist sehr übersichtlich. Zwei. Ich muss hier wieder auffassen. Okay, das ist mehr Stabilität her. So. Jetzt pack ich dich auf wie ein Luchs hier. Mhm. Ja, noch können wir es. In sechs Stunden sieht das wieder anders aus. Ach, Quatsch. Das geht immer. Das geht immer. Das geht immer. Hm. Achso. Das ist schon richtig. Di, 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 di. So. Di, 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 di. Total vom Thema abweichen hier. Egal. Das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Das ist wieder so was, wo man die Luke drauf macht. Da kommt wieder Lucky Lucky drauf. Ja, zu viel Kraft mit morgen. Da kommt er durch, der Mann schon. Ich habe morgens immer viel Kraft. Also morgens, dann wird es wach. Ja, fass mich abends nicht an, ey. Irgendwie, der ist zu lang hier. Wie viel zu lang? Der ist zu lang. Ja, der tauschen dann auch. Soll doch kein Problem sein. Rechte so einer. 3, 2, 4, 8. Das ist nochmal ein 8er. Das ist ja doch. Aber ich sehe. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Hier hast du auch einen 8er genommen. Da musst du einen 6er hin. Ja, siehst du. 2, 4, 5, 6. Aber dann 6er ist er noch. Dann nimmst du den. Ach, da ist der noch der Lieben. Das ist egal. Da waren noch ein paar. Ja. Ja. Ja, aber weiter jetzt. Da siehst du auch wohl die Länge an der Seite und an der Ecke. An der Ecke. Genau. Ja. Siehst du schon den ersten Fehler korrigiert und das schaden nach 5 Minuten. Ja. Naja. 10. Also das ist noch nicht, was ich ja. Ja, wach bin ich schon. Das war eine relativ kurze Nacht. Ja. War es. Das stimmt. So, anfangen. Jetzt sieht das schon richtig aus. Ja. Hm. Ne, jetzt. Äh. So. Schaut her. Schaut her. So. Und der kommt da rein. So, sieht ja nicht schöner aus. Ist schöner jetzt, ne? Nee. Aber ja. Wo ist der? Thorsten. Was denn? Was suchst du denn? Alles gut. Den hast du doch schon nichts überbaut. Nee, hab ich hier so nicht überbaut. Da, der blaue, der ist halb offen. So, okay. Da fehlt... Na, den fehlerst du jetzt auch immer. Ja, da fehlt ein... Da fehlt ein flacher Vierer. Ja, okay. Äh, Tobi? Du fasst dir in die eigene Nase. Habe ich schon jetzt. Ich muss halt reinzwecken. Jetzt steht es wieder eins, eins. Ja, death count alone. Schon, schon... Schon früh. Es ist schon früh. Ja, das Ding ist auch, dass in diesem Set, das soll sich falsch liegen, aber es ist auch keinerlei Logik nachvollziehbar manchmal. Warum ist der Stein jetzt da? Und warum nicht da? Warum lappt das alles über, wo man sich denkt, das könnte man doch prima abschließen? Wir würden nicht machen, ja. Ja, das ist ab und zu nicht nachvollziehbar manchmal. Und deswegen schleichen sich dann viele ein, weil... Ja, ich weiß nicht. Ich zumindest bin ein symmetrisch denkender Mensch. Ich mag es auch immer symmetrisch. Das stimmt. Das Set wird dich noch wahnsinnig machen. Ach schon. Und jetzt? Game over. Ich finde, wie da die Detailverliebungen so richtig schön. Ja, das kann man bei den Preisen aufeinander. Ja, ich bin durch. Ich habe nur das schon mal hergebracht. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Kannst nicht dran setzen. Ja, das war ja hier die hier. So, der kommt. So. Weil die hier müssen ja auch wieder verbaut werden. Die kennen wir ja. So, und der kommt hier ran. Ja, das funktioniert ganz gut so, glaube ich. Wenn wir nicht immer so wieder Fehler machen würden. Doch, da. Ja, hätten wir eher machen sollen. Ist ja nicht schön. Man lernt ja dazu. Warum nicht? Es eignet sich auch nicht für jedes Set, sozusagen. Richtig. Das ist schon auch. Vor allem, weil die Seiten so groß sind, ne? Mhm. Normalerweise hat man immer nur eine kleine Seite. Nicht so eine riesengroße. Ja. Große. Das ist richtig. Das wird ärgerlich, wenn man die verschludert und nachdrucken müsste. Wie kann man das verschludert? Oh, ich hab's mal verloren. Das lag mal in irgendeiner Tasche. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Genau. Das wäre ja schon selten dämlich. Sprichst du in zwei Wochen, rufst du mich an? Nein, ich hab die Anleitung gemacht. Nein, die tue ich gut abschließen. Wahrscheinlich ist bei dem Preis von dem Set die Anleitung schon eine 1.000 Euro wert. Die ist schon einiges wert, ja. Das ist ja eben nicht nur eine Anleitung, das ist ja auch so ein bisschen Information. Ja, alles. Ja, da musst du aber wieder aufpassen. Das ist korrekt, aber es sieht mir so aus. Das sind vier Noppen, andersrum. Nein, das ist korrekt so. Nein, das ist korrekt so. Das ist völlig korrekt so. Ja, stimmt. Ich war nur gerade wegen was anderem irritiert, aber das war nur eine optische Teiche. Ja, moi. So, das ist offen, das habe ich. Okay. Umdrehen. Und so ein Dreieck brauchst du, ja. Richtig rum. Ja, ich guck schon. Ja, guck mal hier zwei, dreimal, ja. Ich kenn das. Das würde ich jetzt da hinsetzen. Ja, kannst du mal gucken, ob du das für dich auch so da siehst. Sehe ich genauso, ja. Sind wir uns einig? Wenn falsch ist. Double check, genau. Wenn falsch ist, sind wir beide blöd. Genau. So, jetzt muss ich gucken. Bin hier jetzt zusammengefüllt? Ja, stimmt. Hier schon, ne? Deswegen war ich jetzt kurz irritiert. Hast du recht, der Opa, da kommt er schon drauf. Aber das ist das. Das ist die Spitze. Und das ist... Nicht die Spitze. Wie nicht die Spitze? Das kommt da rein einfach. Wie? Wenn das passt. Ne, kann gar nicht, ne? Sieht aus. Sicher muss das. Sicher muss das. Das sieht sogar richtig aus. Das sieht sogar sehr richtig aus. Sollten wir das erste Tütchen ohne Fehler über uns bringen? Wer weiß, wer weiß. Bleiben Sie gespannt dran. Die Auflösung folgt nach den nächsten Szenen-Service-Bots. Genau. Und vergesst nicht, unsere Tassen zu kaufen. Ja, und unsere T-Shirt nicht zu vergessen. Ja. Merchandising. Das Dreieck stört mich schon wieder. Braucht noch das andere. Da ist noch eins. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ja, das ist es. So. Ah ja, so sieht es wirklich besser aus. So. Jeder vergreiche Seite ist eine gute Seite. Alles hat seine guten Seite. Genau. Bei dem T-Shirt sowieso. So. Was will der jetzt hier vom... So, da einmal hin. So, und hier. Oh ja, da. Alles klar. Gestern vergesst, meine Finger anzukriegen. Schädig. Ja. Weil, dann würde es jetzt nicht so wehtun, glaube ich. Weil du immer auf diese Spitzen drücken musst. Ja, dann kommen wir in den Garten. Ich will aber nie in den Garten bei dem Wetter. Schön im Schnee. Was ist das denn für Schnee? Ist das ein Matsch? Matsch. Da ist ja nichts am Schnee. Da ist doch kein Schnee. Ja, ist doch traurig. Gestern Abend soll es ja fast danach aus. Aber... Da bleibt ja nicht Regen. Da bleibt gar nichts. Die Leute wundern sich, ja, mit Tommy Weber und die reden immer Schnee. Ja, aber Klimawandel ist ja Schwindel, nicht? Ja, wirklich. Gibt es ja nicht laut Trump. Laut dem Klimawandel gibt es Trump nicht. Wunderschöne Idee. Trump accessiert für mich nicht. Der verleugnet mich nicht. Das ist zumindest der Krach, von dem wir vorhin gesprochen haben. Jo. Ja, da kommen noch mehr. Ich wollte noch Zweifel. Und zwar... Er sind gleich zu übersehen. Hier. Und... Du hast aber noch nicht den einfacheren Part da hinten. Ich glaube, den Kleinscheiß, oder? So. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Was heißt einfacher? Ja, saukompliziert. Ja. Na ja, jetzt brauchen wir einmal eine Stange von aus einer anderen Tüte. Hast du noch mal welche? Welche jetzt? Eine lange Kraussstange. Wir nutzen mal zwei. Die waren dreimal sogar. Die waren am Anfang angegessen. Sechsmal, ja. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Ja. Okay. Der ist ein Schnitt offensichtlich. Das muss eigentlich deine Box sein. Nee, bei der ist noch. Nee, ich könnte ja sagen, wenn das ist deine Box. Das muss einzeln sein. Also ohne Nummer. Nee, hier sind sie drin. Ja, sag ich auch. Ohne Nummer. Da macht man den so. Verwirrung. Da brauche ich einmal drei Stück wieder. Ja, sechs brauchst du denn zu sagen. Ja, aber nicht jetzt. Also noch nicht. Drei Stück. Na, hier ist schon eine Kanonenrohre. Wow. Das sind keine Kanonenrohre. Das sind schon echte Pipelines. Und das ist Deins. Cool. Dankeschön. Jetzt kannst du ballern. Das sind Laserrohre. 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 Na, kommt schon. Da. Jetzt bin ich. Jetzt darf ich auch einen Tunnel bauen. Ja, jetzt geht es ja um Tunnel bauen. Ja, ich glaube, ich will ja auch. Ja, ja, ja. Du weißt ja nicht. Ja, nicht. Jeder baut seinen Tunnel. Ich baue meinen nach Schottland. Und du? Ja, da fragst du mich jetzt was. Ja. Da fragst du mich jetzt was. Ein Tunnel. Das haben wir echt schön gelöst mit diesen Toren. Ja, das haben wir jetzt zweimal, dreimal gehabt. Ja, ich habe jetzt insgesamt vier. Das ist okay. Dein hat so ein bisschen verkehrter Traum. Soll ich nur mal sagen. Nein. Das soll ja rüberstehen. Nein, nicht überstehen. Das Graue gehört nach oben, nicht nach unten. Nein. Doch. Siehst du das? Ich soll meinen so reinsetzen. Dann sind die Farben nicht gleich. Hier sind sie aber gleich. Ja. Ja. Hat er wieder nicht aufgepasst. Weil der Thorsten hat aufgepasst. Ja, ab und zu. 1, 0, 35 zu 10.000. Aber das lässt sich ja einmal umdrehen, dann passt das wieder. Ich weiß nur nicht, ob die Höhe richtig ist. Nein, das ist nicht. Aber jetzt ist sie richtig. Ja. So. Ich glaube, ich muss auch einen machen. Ich weiß nur nicht, warum nicht. Den brauchen wir. Äh, komm schon. Hallo, ich hab dir noch zu Sorgen gemacht. Ja, aufpassen. Dann brauchen wir das gleiche noch mehr. Ja, ich brauch schon mal mehr. Die nächste Seite vorne. Ja, ich hab mir das gleiche an. Die ging immer von da, mit denen du gerade gemacht hast. Genau. Und dann das. Doch. So. So, dann noch ein. Achtung Kommt hier drauf Dass sie höher ist So So eine komische Kamera Jetzt kommt die Kamera Da Action Ein Gitter Ein Gitter Jawohl Stellen der mehr Ruhe, wir drehen hier Ja, für Hollywood wäre das schon nichts Dem wäre das egal, die würden das nachsynchronisieren Genau Thorsten Wille haben wir gesprochen von Genau Robert De Niro spricht Tobias So und dann Was kommt jetzt Ein Freu Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Pfff Wird doch nicht Topf machen, weiß es nicht Sie ist halt da Jetzt kommt es Jetzt kommt es truff Jo, dann Du brauchst wahrscheinlich nur drauflegen Wenn wir es gut gemacht haben Ja, aber warum sind die Die Penapter, die müssen ja irgendwo rein Das rote Das rote Aha Yeah, es passt Wie Arsch auf einmal Ich werde warm Ah, die erste Außenverkleidung von oben Ja Ja Das ist schön Jetzt bauen wir die zweite Yes Here we go again Achso Jetzt sind wir umgekehrt dran Achso Ich warte schon, dass er anfängt Nein Warte mal zehn Jahre Irgendwann wird schon was kommen Ja Tausend schläft Genau Immer noch Immer noch Immer noch Ich brauche jetzt die zweite Blutte What do you do? Du musst dir einfach noch ein bisschen weiter drüber schieben Achso Bild hinten an So sieht das besser aus Hier grün Ja, das muss so überragend also So dann Jetzt muss ich das auch machen wie du da Eins, zwei, drei, vier So, ich hoffe das ist richtig Du hast noch eine Kontrolle Wenn es passt, ist gut, ne? Und wenn nicht? Dann ne ich Hmhm Ja, so Wollen wir was geben? Jetzt schauen wir mal die Teile Aber es sind nicht so viele So viele was? Teile Das hast du hier jeden dran Okay In jeder Folge Sagst du das? Ja In jeder Folge habe ich nicht recht Nicht die Anzahl der Teile ist entscheidend Sondern wie wir mit denen umgehen Genau Das stimmt Du kannst 50 Teile haben und die schlimmsten Fehler machen Oder du hast 500 Teile und du baust es in einem durch Hm Das hilft dir mal nix Ja, nix Ja, nix Ein blauen Naja Ja, das soll halt immer so drunter ja klappen Ne? Das ist immer so Hmhm Als schnittwindiges Profil Ja Ja Hmhm So, wenn ich nichts vergessen habe, bin ich durch Wenn ich noch ein Teilchen zusammensuchen Aber der sieht doch wieder ein bisschen anders aus als der von vorhin Ja Nicht ganz symmetrisch Ein Sechser? Ja, ein Sechser Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie eine Dokumentation darüber finde, wie Lego auf solche Ideen kommt Hm Hm Oder wie konstruiert Lego ihre Modelle oder so? Hm Gibt's bestimmt Und Vielleicht ist das auch Teamwork Nach dem Motto, okay, entdeckt euch mal was von vorne aus, eben mal was von hinten und zum Schluss trefft ihr euch in der Mitte Und dann passt das nicht zusammen Hmhm Ja Genau Ich hab aber, da ist es noch, ich hoffe da Ja, das ist halt das Ding Uns ist ja schon aufgefallen, wenn du einen Pinockel falsch setzt, dann passt das andere nicht mehr Ich meine, das ist ja schon Sind das Ingenieure, die das machen? Das ist ja irgendwie noch Irgendwas Ja Oder die geben das tatsächlich in ein 3D-Modulationsprogramm ein Und dann sagt Lego das Programm, die und die Steine brauchst du Die haben wir noch nicht Kann ich dir aber auch nicht vorstellen Da musst du ja eine Ahnung haben, wie es innen drin aussehen war Ja, in etwa wenigstens Ja So Das kann ich mir nicht denken Ja, du kennst ja auch Veta, ne Veta macht ja hier für Herr der Ringe immer Hat das gemacht Die hat ja auch erstmal So Zeichnungen gemacht Und dann ein Modell Probemodell gebaut Und Ja Also ein Modell Modelliert haben halt Und dann erst Richtig Das geht nicht aus der Kisse raus Das kann ich mir schon denken Also Die Frage ist ja dann auch, gibt Lego das im Auftrag, so nach dem Motto, dass soll was einfallen oder kommen die Mitarbeiter und sagen, wir haben ganz tolle Ideen, wir wollen das jetzt machen Ich glaube, die fahren Innovativität, also von daher Ja Das habe ich ja gesagt Ne, dass sich einer sagt, ey, ich habe eine Idee für ein Monster-Set, wir machen den Falken nochmal Warum hat Lego dann nicht gesagt, wir haben jetzt schon dreimal, ey Ne, dann muss ja dann irgendwie, verstehst du, so ein steiles Anstoß muss ja dann kommen Dann wäre es ja auch Disney selber Das meine ich ja, ne, ob die dann Aufträge kriegen Komm, bitte braucht noch eins Ja, jetzt brauchen wir einen Disney-Falter, das ist ja wieder etwas ganz anderes Genau Damit wir einen Karton haben, wo auch unser Logo draufsteht Jetzt haben wir schon die Rechte, da müssen wir auch einen Falken genommen Ja, du, das kann sein So abwegig ist das nicht Ne, so nicht Man weiß ja, wie Disney drauf ist mit manchen Dingen Und da kann ich mir schon vorstellen, oh Da kann sich jemand in seinen Corporate-Identity-Rechten schon irgendwie beschnitten fühlen, wenn der nicht einen eigenen Fighter kriegt Ich sag nur, wer ist ein Penis, ist länger, ne? Ja, das ist auch wieder die ohralte Diskussion Genau Aber es hat ein Autor gegeben, kann man nicht erinnern Ne So, das habe ich schon mal Wenn du so weit bist Meine Seite habe ich Aber du hast wieder viel Physik-Kram Ja, ich habe immer den Physik-Kram, das machst du genau absichtlich Den habe ich gar nicht gesucht Achso Aber trotzdem, ich brauche ihn ja Du brauchst die zwei Mal Die Vierer brauche ich die Flachen, die suche ich gerade Ich glaube vier Ach ne, es sind drei Ui, kann man, dass ich sie nicht finde Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich Das habe ich Den hast du nicht Den hast du nicht Ne, ne Wenn das Gold wäre, könnte man mal sagen, Gold bauen Achso, hast du den auch gerade? Nein, den hast du nicht So, das sollte es immer sein, oder? Ne Da kommt noch flacher vier rein Den hast du schon Ja Jetzt aber Hast du beide? Ja Sieh mal los Sieh mal los Ähm, hier fehlt der Ach, da ist noch ein Dreier Jo Oh, Richter oder Richter reicht Nimm den Nimm den Ja Ich baue das nicht zusammen, ich ziehe das einfach so Das sah jetzt gut aus, ja Das ist schon fertig Ja, natürlich auch Das wäre eine schöne Idee für so ein Video, ey Heute bauen wir Lego So Fertig Hammer Siehst du das Modell so raus aus dem Tisch? Genau Siehst du den Paul zum aufbauen? Siehst du es doch einfach aus dem Katalog Genau Lego 2.0 Lego 2.0, ja Oder Legi Legodigi Legodigi Laden sie sich ihre Modelle aus dem Netz? Da gab es ja immer den Witz mit dem USB-Stick Hier aussieht wie ein Zapfer Amore Nach dem Modell kannst du ein Bier ziehen Das ist immer ganz witzig gewesen Klar Schlecht Bisschen Lärm Gehört dazu Vier Lärm und nichts Gleich 10 Uhr, wir dürfen Lärm machen Der Teil fliegt wieder Ja Das ist Das ist so Ja klar Ist das eine Kamera, ist doch logisch Wenn wir schon einen Falken haben, muss Disney online produzieren Genau Stimmt Hallo Hallo Disney Company, wie sieht es denn aus bei euch? Lohnt es sich noch? So Sag mal, der Hype um die neuen Teile ist gar nicht so groß, oder? Ne Ne Wohl doch Doch Ja Ja Die Kinozahlen haben gestimmt Deswegen überlegen sie ja noch weiter und weiter zu machen Ich weiß nur, bisher bis 12 Ich weiß es aber nicht Ja genau, bis 12 Und dann sollen noch Spin-offs kommen Wie immer Wenn sie etwas ausschlachten, dann richtig Haben wir auch genug bezahlt Wobei, das hätte ich George Lucas nicht zugetraut Ich auch nicht, endlich nicht Weil das ist ja immer das Baby, genau Aber auf anderen Seite, mein Gott, setzt er sich zu hoch und gut Ja gut, aber ich weiß nicht, wie lange er dafür geschrieben hat Also ne, für die Geschichte Du, das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, es ist mir morgens um 7 aufm Klo eingefallen, weißt du? Wie das meistens soll's Im Grunde ist es ja nur gut gegen böse und mehr ist es ja schon gar nicht Denkst dir ein bisschen was nebenbei aus, ist es ja fast immer so Hm, Scheiße Das ist richtig, aber das ja nicht Aber da fehlt nur, haha, Gottfuck Ich weiß noch was, das ist da was für ein Halbway Episode 1, oder? Ja Nach dem Motto, wie Star Wars kommt nochmal ins Kino Hm Keiner mit geregnet Nee Das, dann, damit fing dann alles an, mit Prequels Prequels, ja Ja, außer nur Wortschiff Ja George Lucas ist schuld, dass nach 10 Jahren immer mal Filme auftauchen, die noch ne Vorgeschichte erzählen wollen Ja, dann fängt auch noch, dann sehen die anderen auch, es geht, das ist halt verfolgt, dann wollen wir es auch Das ist halt Ja, einer muss Pionier sein Vor allem ist dann mit der Namensbildung halt doof, weil dann Episode 1 macht Sinn, weil dann haben die hinterher eben, der erste Teil war dann eben der vierte, das war okay Aber wenn der dann jetzt zum Beispiel bei Saw 1 bis 7 und der nächste heißt dann Jigsaw, obwohl es dann eigentlich der achte ist Riesig, ja Warum macht man sowas? Ich hab's auch nicht verschwunden Bei Rocky genauso Wie viel gab's? 1 bis 3 glaube ich, auf einmal hieß es Rocky Balboa Warum? Genau Das fragt man sich dann als Bei Star Trek steigt überhaupt keiner mehr durch, weil die gar nicht erst nummeriert werden Hä? Irgendwas? Damals wollen sie alle nummerieren, dann kam Next Generation, dann war vorbei mit Nummerierung Guck mal bitte Thorsten Mit einem Grund beruhigt zu sein Ich finde den Fehler nicht, also hier muss noch 2, 3 zwischen Die müssen einfach weiter nach vorne, ne? Ja, ja, das hatten wir vorhin auch, die sind einfach weiter vor Das konnte man schlecht sehen Ja, schon kein Ding Das ist auch das, was mich vorhin irritiert hatte Ist dann immer noch die Originalmusik am Anfang oder hat alles ganz anders als mittlerweile? Nee, nee, also das Vor mehreren Trilliarden, Trillionen Jahren In einem weit entfernten Universum Ja, erzählen sie ja mal, was so vorgefallen ist und dann Den Film Wir erzählen erst was, was im Film nicht erzählt wird Guck mal, wenn der Film sonst noch länger geworden wäre Warum denn? Ich glaube, ich komme da hin Ich brauche auch mal hier den Achter mit Verscheidung? Geh mal raus Gott Jetzt hätte es versaut Tja Wir heben es unter die Dusche, ist gar kein Thema Genau Ne, das war es auch schon Kannst du ja dran heften Ne, noch nicht Doch, klar Ja Hier Achso Ja Magst du denn? One moment please One moment in time Kenne ich nicht Es gibt momentan viel mehr, wenn du den Kopf gehst, wo ich mir denke, wie komme ich denn jetzt darauf Okay Ist das hier auch so locker? Ja Locker, locker Taku, taku Buridu, buridu Taku, taku Wieder so, ne? Ja Ja, ist doch gut Sieht rechtbar aus Ja, sieht richtig aus Wieder mal Schleimbeutel füllt sich Aber, aber, aber Aber, aber Aber, aber, genau Wo ist der? Da Und ein Dreierklacher Das Hätten sie wirklich so machen sollen, wie du gesagt hast Einfach nochmal farblich Was dazu kommt Ja, dass sich das abhebt, was dazu kommt Der Rest dann irgendwie Irgendwann nur Strichzeichnungen Oder Schwarz-Weiß Sonst irgendwie Weil manchmal Gerade bei sowas, ne? Hast du drei, vier Teile und Hä, toll Da musst du so aufpassen Ja, machst du Ja, diesmal passt du auch die Ecke Hier Habe ich doppelt aufgepasst Wie kann das denn sein, dass ich jetzt schon wieder die Die mit Kanonen machen kann? Da hätte ich jetzt aber nicht jeder Ich schon Nee, aber wir hatten eigentlich am Anfang Da saß Ist ja egal Ich mach's ja gerne Diskutier nicht mit der Anleitung Die diskutiert, die hat immer recht Die hat immer recht Die Anleitung hat immer recht Ja, genauso wie die Frauen haben immer recht Oh ja Oh ja Weil sie noch nicht ausgeschlafen sind Uiuiuiuiui Uiuiuiui, genau Wir wissen das Oder wenn sie besorgt sind, dann werden sie auch kratzig sein Wenn man so meint Wenn man so meint Jaa Nimm das doch nicht so Das quitschert alles in Ordnung Das sehen manche dann aber ganz anders Ich versuch schon mal die nächste Seite zu machen Thorsten war auch nicht fertig jetzt Ja, sorry ey Was denn Hast du wieder was? Ne, hast du nicht Okay Habe ich nicht Nein, hast du auch nicht Ist okay Ich hab's einfach gedacht Ach, das tut aber was So, jetzt sehe ich da ein falsches Gitter Wieso wollen wir denn jetzt noch ein graues Gitter Weil wir nur ein graues haben Da muss aber ein dunkelgraues sein Das habe ich schon fertig gemacht, die Kamera Aber da ist auch ein dunkelgraues Gitter dran Oh, ja Für gleich, vielleicht kommt da auch kein Zorn Gib mir das her Ich hab das ja nur prophylaktisch gemacht Weil ich dachte, vielleicht ist das genau so Vielleicht ist es nämlich nicht genau Philosophie an morgen Vertreib Kommandorgen Draußen geht die Welt runter Genau Und wir wollen Blüse mit Indienparken Dann müssen wir es doch irgendwie wehren können Genau Wo sind, wo sind Hä? Was? Hä? Hörgerät Diese Goldkoffer suche ich gerade Welchen Goldkoffer? Äh, diese Dinger Äh, diese Dinger Wander sind keine mehr Brauche ich noch zwei Stück Keine mehr da Nothing Ich meine, die sind nicht Element da, aber die sind halt hier oben drauf Da tauchen sie gleich noch mal Ähm Es gibt noch eine Tüte 10 Ne, glaube ich nicht Es gibt noch eine Tüte 10 Kannst du mir einmal zwei von den Stäben rein geben? Ja Ja Wieso passt denn das nicht? Das brauche ich mal zum kurz gucken Wieso passt der nicht dazwischen? Habe ich die falsche Länge? Das geht doch nur die eine Länge Ach, der kommt noch Ah Okay Ja, wird das schon Das versteht doch Dankeschön Habe ich wieder was übersehen Na gut Naja, jetzt kannst du von was Das war nur vorhin, weil ich Guck nicht, ob hier was hier verkehrt ist Also wenn die zwei Teile noch auftauchen, diese Schatzteile Können wir sie noch draufsetzen Es kann sein, dass du Statt die Schatzteile die Nein Also genau andersrum Hier nicht Nein, ich meine Genau andersrum, dass man halt Ja Weil zwei Grau sind drei Weißt du was? Da ist auch eine Da ist auch eine Ne, sieht aber korrekt aus Das sieht alles korrekt aus Ups Warte, ich bin eh noch nicht fertig Das sieht alles korrekt aus, soweit Vielleicht haben wir hier auch zu viel drauf Genau Aber da müssen wir gleich gucken Wollte ich Das siehst du ohne Anleitung nicht Ja, weil da zum Beispiel der Was siehst du ohne Anleitung? Doch, da sehe ich Guck, der Das weißt du noch nicht? Der muss blank sein Doch Lass uns das gleich gucken Lass uns den einen erstmal fertig machen Ich weiß das Nee, das weißt du Noch keine Anleitung Mhm Ja, dann mach fertig Halbe Stünnchen, Zeit Zeit läuft, ja Ja, echt Hast du noch ein Stäbchen für mich wieder? Kann der letzte sein, ne? Danke dir Ich hab noch drei Ja, aber mehr brauchen wir für die Tüte nicht Jetzt bauen wir wieder Türmchen Ach, den zweiten hast du schon Ja, wir bauen ja noch mehr Den hab ich schon vor Den hab ich schon vor Vorbereitet Was wir umdrehen Schon wieder den Du hast schon wieder den Peter gemacht Was denn? Der hier, der muss Der ist doch korrekter Nee, nicht Dann setz ihn um Okay Okay, mit dem hast du tatsächlich recht Mit dem hast du tatsächlich recht Vor allem fehlen hier Teile 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dann ist einer zu viel Da kommt so einer hin 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 Und da tut er auch Die sind korrekt Hör auf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also einen habe ich schon mal raus. Der war tatsächlich falsch. Aber die anderen sind meines Erachtens rechtlich. Ach. Oh nein. Da wieder alles falsch. Kontrolle mal bitte. Ob hier. Was ist denn da drin? Ob wir da aus Versehen? Ja sicher ist da aus Versehen falsch. Das sehe ich doch von hier aus. Why? Wie kann ich den so rauchen? Uiuiuiuiui. Ja ich habe aus Versehen. Das ist mir nämlich auch passiert. Dann habe ich noch korrigiert. Als ich das gesehen hatte. Hier ist schon mal einer. Hier ist schon mal einer. Jetzt könnt ihr den einen, den wir so rauskriegen. Ja hier ist einer. Ja siehst du. Und hier ist der zweite. Ich bin gut. Ich bin ausgeschlafen. Man merkt es. Ja. Mal gucken wie lange noch. Du hast ja eine halbe Stunde länger gepinnt als ich. Obwohl du eigentlich schon um halb 38, 10 Uhr aufstehst. Ja ist ja gut. Ja ist ja gut. Lass uns doch um halb 18 Uhr anfangen. Wir gehen gar nicht. Wir machen durch. Wir machen durch ja. Wenn wir auch machen können. Ne. Das wäre absolut schief gelaufen. Wir konnten uns ja gestern schon nicht mehr konzentrieren. Ja komm. Das stimmt. Ja komm das stimmt. Was ist das für eine Aussage? Ja komm habe ich gesagt. Okay. Ja komm. Ja komm hast ja recht. Ja komm hast ja recht. Ja komm hast ja recht. Komm hier vorne drauf. Weiß ich das? Deswegen sag ich dir das. Damit es hinterher nicht heißt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm mit dir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einen darf ich auch noch bauen. Das ist nett von mir. Darf ich auch noch einen bauen? Oh nein. Komm schon. Hey. Oh nein. Wieso passt das denn nicht? Wieso passt das nicht? Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe... Das, das, das... Habe ich aber nicht. Hey, warum haben wir denn jetzt so einen über? Oh, weil Tobias einen falschen gemacht hat. Tobias hat einen falschen gemacht. Habe ich nicht. Ach klar. Naja, hast du nicht, die sollen farbig sein. Warum das denn? Sofern macht man denn so was? Wetterst du mal um bitte, dass ich sehen kann, was los ist? Die sind verschiedenfarbig. Das ist aber streng. Bin ich immer schuld, das ist so. Nicht immer. Ach, die kommen da vorne. Ja. Jetzt so als deine Idee verkaufen, weißt du? So, fertig. Jetzt habe ich das auch noch falsch. Wieso meine Idee? Du hast es mir gesagt, aber ich... Ich habe es nicht so verstanden. Ja, ja. Alles gut. Ja, ja. Du hast es schon mitgekriegt. Das war halt nur Suggestion. Was hat er gesagt? Ach so, da. What the fuck, was mache ich hier? I don't know. Na ja, ich baste noch mal. Wie war das? Ab und zu ist es schlauer, wieder von vorne anzufangen. Ja, das ist... Wenn wir was gelernt haben aus diesem Set, dann das. Und da kommt Rauch dran, siehst du? Das ist grau und nicht Silber. Ja, das ist doch gut. Dann passt doch alles. Alles richtig gemacht, siehst du? Wie schnell aufs Schläuchchen. Wenn du schon mal in der Hand hast. Wenn du schon mal in der Hand hast. Das ist letztlich Urlaub. Das ist doch Urlaub. Und das ist natürlich freier Tag, ja? Ja, ja. Ist nicht viel besser. Na gut, du bist heute Abend noch... Hast du Spätschicht die Woche oder was? Ja. Das ist so doof. Ich hab so viel Frühstück in letzter Zeit. Warum ist das nicht gleich hoch? Aber meiner... Nee, ich hab meiner noch richtig gemacht. Ja, meiner ist zu. Nooo. Ich bin nicht immer zu. Aber das passt nicht. Thorsten. Das ist tief. Was ist denn das Problem? Thorsten. Tobias. Wenn's nicht gefällt, mach nur... Oder lieber... Improvisieren. Wie? Improvisieren? Ich sag nur grauer Sechser. Genau. Den Fehler findest du schon noch. Irgendwann. Heute Abend tauchst du da im Kerzenschein. Irgendwo... Irgendwo... Ist ja total wahnsinnig. Sowas kann einen verrückt machen, wenn man den Fehler nicht findet. Kann. Dann machst du es wie Scheldon. Ab und zu muss man neu anfangen. Du hast recht. Fenster auf und raus. Bestimmt. Nur wenn das Ding einen auf den Kopf krieg, ist auch nicht so toll. Nee, gar nicht toll. Ja. So, darfst du es schon draufsetzen, siehst du? Und das hier? Komm doch noch. Da ist doch noch. Na ja. So, dann draufsetzen. Genauso da rein wieder, ne? Ja, Thorsten. Du versuchst gerade. Versuchen. Das ist der erste Schritt zum Versagen. Komm schon, mach das. Oh oh. Du willst doch auch. Boah ey, kaum wird da schon wieder Permers. Ich hoffe, das wird was an 23. Das sieht irgendwie nicht so aus. Soll ich es machen? Ich sitze doch einmal hier. Geh mal her. Wir sind noch nicht durch da. Wieso kann hier nicht einmal was vernünftig laufen? Ja. Ja, genau. Das Problem hatte ich auch. Hä? Hä, ist da was? Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind die. Die Pinöcke nicht richtig sitzen. Aber da sind, ne, da sind noch vier frei. Nicht zwei. So. Let's try it again. Okay. Ach, Lego. Warum müsst ihr alles im Dunkeln machen? Entweder machst du alles unter... Unter... Oder machst du alles irgendwie... Oh, die Seite ist dran. Aber die Seite nicht. Frage... Was? Da ist was im Weg, deswegen. Was ist denn allein im Weg? Kann nichts im Weg sein. Doch, oder? Wie ist da was im Weg? Außerdem ist das ja gerade abgebrochen. Oh, das hat damit nichts zu tun. Na, na, ja. Ah, wenn fünf Hände hier rumfummeln. Dann wäre da wieder nichts. So, jetzt wäre es dran. Ja. Auf der einen Seite das geht, aber die andere, ne? Kann nicht sein. Wenn die eine Seite geht, müsste die andere auch gehen. Na, ich schiefe mir hier noch hin. Ja, ich schiefe mir hier noch hin. Na, ich schiefe mir hier noch hin. Merkwürdig. So, machen wir es mal anders. So, das muss da hin und dann. Versteht das ja aber hier nicht, wo das hinkommen soll. Also die Abstände passen. Kommt hier dran, gibt keinen Plan rein. Ja, da ran, ist schon klar. Ja, dann machst du auch. Weil das schwarz muss ja irgendwo hin. Ja. Ey. Das sieht aber auch nix. Das sieht ja auch nix. Das soll man ja auch nix. Ja, aber das ist doch irgendwie. Das müsste halt nicht so irgendwie reinfloppen. Nee, hoch hinbringt's nicht. Absolut nicht. Lass das, wird zu. Dann siehst du genauso wenig. Das ist doch zu. Das hat mit der Richtung noch nix zu tun. Dann musst du auf 20 Dinge gleichzeitig achten. Du siehst im Grunde nix. Die Laufzeit legen wir nicht gut genug. Wollen die Penne, wir sind aber nicht falsch. Nein, das passt. Die habe ich ausprobiert gerade. Ich habe das Gelbe runtergenommen und das passt. Nein, das passt. Das kriegst du doch nie da drauf. Ja, ne? Logischerweise. Nee. Na, kommt da hin. Das kriegst du da nie rein. Nicht so. Das ist ja genau das selbe Problem letztendlich. Ah ja, jetzt geht's. Da ist irgendwas im Weg. Oder hast du es jetzt drauf? Jetzt ist es drauf. Gut, dann hoffe ich, dass du es nie da runternehmen willst. Tja. Vielleicht wäre der Widerstand einfach zu groß. Nee, nee. Das ist leider was anderes. Was machst du denn jetzt? Warum machst du das denn jetzt ab? Warum? Bist du verrückt? Ich will sie sehen, warum. Nein. Nein. Die Arme sind auf, halbherum. Das ist auch mein Dix zufrieden. Ach so, das muss nach oben geklappt werden. Gut, gut, gut. So, dann drehen wir den Fighter wieder um, dann können wir auch was sehen. Wir sind ja bestimmt noch nicht fertig. Nee, sind wir auch nicht. Warum sind da zweimal das gleiche? Ach, das ist jetzt so. Nee. Nee, nee, zweimal unterschiedlich. Deinen brauchst du nur hier draus setzen. Hier oben. Da. Da sind schon wieder zu viele Teile übrig. Nee, die haben wir tatsächlich nicht gebaut, das wüsste ich. Doch, ich habe bei mir mal bei mir welche gebraucht. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht so. So, da kommt einfach ein Pin rein. So, dann kommt hier nämlich, so, jetzt ist das nämlich fest. Fehlt immer. Fort Puffer. Ich habe bei mir welche gebraucht, weißt du? Das ist doch deine Seite, die hast du doch gemacht. Nee. Hier, ach da fehlen sie, siehst du, die Bänke. Sag ich doch. That I'm missing. So. Genau, es kommt einfach nur da drauf. Ja, einfach nur ist gut. Passt doch. Nee, nee. So, jetzt? Nee, nee. Da war ja. Hier so rum rein. Ja, das leistet zu viel Widerstand hier. Wieso will der denn nicht? Ja, der muss mehr ran. Genau. Nee, da ist, das haut höhenmäßig nicht hin. Warte, stopp, stopp, stopp. Das haut höhenmäßig nicht. Doch, müsste aber eigentlich. Müsste. Nur gemeinsam wird verstärkt. Nee. Und da kommst du mit Stärke nicht rein. Müssen wir den nochmal abmachen oder? Warte mal, das haut nicht hin, was du da vorhast. Nee, das ist ja sowieso ab. Ist egal. Dann sitzt den Erster dran, den Schwanz. Wieso musst du immer eine Seite Ärger machen? Egal was du bauen, eine Seite macht immer Stress, ey. Wie macht denn er es dran? Hier dran. Ja, aber das geht doch nicht. Doch, klar. Klar geht das. Setz den einfach dran dran. Bündig mit der Kante her. Weil das setzt er dann automatisch hier auf. Automatisch, sagt er. Tja, wenn wir es richtig machen. Jetzt muss ich wieder hier wungen, dass das hier reinflutscht. Komisch auf der anderen Seite gegen das zu gehen. Der Abstand ist, ey. Irgendwas stimmt da nicht. Da ist irgendwas nicht richtig. Warte, nur was. Irgendwas ist da, was da nicht hingehört, was ich gegenseitig irgendwie... Da haut Wort nicht hin. Ist das Tor ab? Ist das nicht mehr. Ich sehe uns die Flügel noch mal zusammen, warum gleich? Den hier, oder was? Nein, den hier. Ah, guck mal. Das hat sich hier verrutscht. Ja, gut. Das kann aber wusste nichts heißen. Im Kleinen, das muss es mal heißen. Wenn das nicht bündig ist, dann stört das halt. Du verstehst? Ja, mach mal. So, hab ich. Warte, 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 Finger weg. So, ich orientiere mich jetzt nur da dran. Da muss es eigentlich... Das ist eigentlich die Position. Aber das haut nicht hin. Irgendwas ist da nicht. Weil da sollte es eigentlich hin, wenn ich nach dem hingehe. Das ist schon wieder auf. Das kann daran nicht liegen. Das kann doch auch nicht liegen. Vielleicht habe ich das hier verarscht. So. Ach so, du meinst, weil das vorhin schon so komisch war. Sieht aber auch nicht falsch aus. Ja, ein bisschen falsch sieht es schon aus. Irgendwie. Ja, ich sag ja, wir machen eine Flügel noch mal. Nee, es liegt hier nur an denen hier. Der ist richtig. Ja, genau. Wenn ich hol dir die Anleitung. Nur der ist jetzt falsch. Dann hol dir die Anleitung nochmal dazu. Ja. Dann basteln wir den nochmal. Den, ja? Ja, klar. Das ist aber nicht der. Doch, das ist der. Das ist der. Das ist der. Nein, das ist die andere Seite. Das ist doch die falsche Seite. Glauben wir nicht. Lass mich bitte. Ist ja das doch. Ja, du machst den falsch. Nee, mach ich nicht. Doch. Nein. Weil das hier ist nämlich der hier, der schon da drin ist. Nein. Lübner. Er will es nicht wahrhaben. Nein, möchte nicht. Gut. Dann rennen dann verdammt. Richtig. Wolle ich richtig. Sind die Baut leichter, sonst kein Ding. Nö, den anderen. Mach. Nö. Lass mich einfach still in Ruhe sterben. So. So. Der kommt jetzt. Was mir auch nicht gefällt, ist das hier. Ja. Es ist deutlich. Ich bleibe da vorne. Das ist tatsächlich so versetzt. Nein, gut. Ja, das ist es schon. So. Jetzt Konzentration. Der kommt da hin. Der kommt da hin. So. Der kommt da hin. Und der kommt... Dann musst du, glaube ich, vorher so reinsetzen, oder? Da, ja. Da geht das rein. Schieben. Ja, genau. Na, die Sternsüßers. So. So. Jetzt stimmt's. Ja. Na, dann. Jetzt pass es auch schon. Doch. das gehört nein so sagt das war tüte nummer 9 wenn wir so weitermachen können wir aus dem rest noch einen fall wieder mal ein bisschen krampf und spannung wir können einfach nicht ohne wir sehen uns dann beim tüten 10 wieder